Wir haben ja gerade einen Triple-Hit gegeben. Das ist das erste Mal, dass ich gegen normale Monster gestorben bin. Aber ich habe auch null auf meine AP geachtet, weil ich noch nie gegen normale Monster gestorben bin und das nicht für möglich gehalten habe. Das ist das erste Mal. Ja, 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 ja. Hi, Black Raven. Komm her, du. Boah, ich hasse diese Dinger. Aber wir kriegen wir auf jeden Fall eine Kette gegen diesen Pitter. Oh shit. Power Treffer, Power Treffer, Power Treffer. Und das war's mit der Nahrung. Aber ist ja auch Wumpe. Wumpe ist das. Na, sieh mal einen an, der letzte Wächter. Oh ja. Oh, das ist seine. Oh, boi. Oh, ziehst du jetzt endlich mal dein Schwert? Ach, deine kleinen Messerchen. Gegen den Schwertkämpfer. Wow, was ist das? Lass mich raten, Bestie? Krusten und Panzer. Okay, dann stellen wir mal was gegen Krusten und Panzer zusammen und vermöbeln den den Arsch. So, Kruste. Panzer hat das Problem, dass wenn wir wieder zuerst Überschaltstoße machen, dann boxen wir den wieder weg und treffen nicht. Aber so kriegen wir auf jeden Fall zwei Skills zusammen, die dagegen gut sind. Und wenn wir uns hier an die Wand stellen, dann kann er auch nicht wirklich wegfliegen und wir können verkreffen. Okay, das ist anscheinend eine schlechte Idee. Wir machen mal andersrum. Überschaltstoß und das Ding gegen Krusten. Oh, irgendwas macht mir damage, Alter. Meine Fresse, ich komm nicht zur Kombo. Ach, weil der eine Typ nicht die ganze Zeit angewählt hat. Der soll sich mal verpissen. Also, ich krieg Power-Treffer hin, aber da sollte ich ne Kombo kommen. Also ne Parkettung kommt nicht zustande. Obwohl ich beide Schwächen anspreche. Wusten und Panzer, okay. Was willst du? Biests und Panzer. Dann machen wir doch statt Überschaltstoß, Sengen und Schneiden. Oh, Schutz! Ich habe zu spät gemerkt, dass der Kreis vom Gegner war. Also das klappt auf jeden Fall. So, was bist du? Person. Ich habe nichts gegen Person. Person, ich bin Arsch. Ich habe auch keine Heilung mehr. Ich habe nicht mal den Sorgoth gezündet, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich habe den jetzt zweimal hinterher gezündet, weil das die übelste Warburg-Kombo war, aber ich habe den nicht gezündet, Mann. Aber ich frage mich, wo der Anti-Personen-Skill herkommt. Hat einer von euch Anti-Personen? Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Wenn überhaupt, dann... Du. Nein, du. Ah! Die Person, 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 Person. Der kleine Scheiße hat wahrscheinlich auch nichts gemacht. Jetzt verstehe ich nicht, wie wir die Kombo jetzt gerissen haben, also die verketten. Oh! Okay. Wie? Oh! Ja, das Problem ist, wir kommen langsam hinter das Verkettungssystem. Aber das hat mich jetzt wieder total rausgebracht. Ich studierte direkt unter dem legged Shigurei des Abbey. Lies. Ha, er würde nie einen Studenten nehmen. Lass mich mal sagen. Er hat dir ein paar Dinge gelernt, als er super fasziniert war. Und dann hat er dich mit ihnen zerbrochen. So true. Okay, ich muss mal gerade eben was machen. Dauert nicht lang. Oh, ich habe beinahe das Wichtigste vergessen. Stopp. 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 Ich nehme meine Geldkarte. So sagt man doch. Geldkarte. Ich finde, das ist voll das behnerte Kackwort. Donngenerierung. Ist hier was? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist der? Ich bin bereit. Und wir können weitermachen. Ist es fertig, Eisen? Wir sind fertig. Es ist auch ein guter Signal für die Von Eltia. Das war die schlimmste Prüfung, die ich noch nie hatte. Aber zumindest habe ich gelernt, wo er ist. Jetzt komm! Yo! Das Abbey ist mein Ziel auch. Jetzt kann ich tun, was ich muss tun und meine Schuld anbieten. Oh! Oh! Das klang wie unser Schiff, ja. So, Zwillingszenit. Ventid. Oder? Zwillingsklingen. Igni zieht. Gewähr doch normal für die Fähigkeit. Wie man halt echt auf den Knüppel drücken muss. Sag mal, wieso komme ich denn jetzt nicht mehr da runter? So. Der Ausdruck ist ein bisschen zwei zufällige Fertigkeiten hinzuzufügen. Das klingt doch mal praktisch. So, um. Was mich interessiert. Niemand hat gelernt. Schade. Alles ist bereit. Lass uns unser Garten anbieten. So, diesmal kommen wir aber an den Loot, ne? Wir müssen da lang, oder? Ne, okay. Wir sollten wohl jetzt wieder nach oben. Und das große Bord. Das ist das ganze Bord. Ich weiß, ob du hast Rangetsu-Blood in dir. Ich weiß. Was ist das? Du hast den Namen Kushi-Amata? Ich verstehe, sie sind mit einer Verbindung mit Haus Rangetsu. Ja. Sie sind eine distanten Beziehung. Ein Klan von Kuchen-Klifemakers. Warum? Du interessiert in die Küche? Nein. Ich verstehe, sie waren Kushi-Amata. Ich dachte, ein gutes Zwerber. Ich verstehe. Schade Kushi-Amata sind schade. Hm? The Blades themselves are excellent. But they give whoever holds one the urge to strike out at anyone and everyone. Fuck good, ja. The blood of women they love in making their blades. But the truth is a mystery. The clan died out after they all turned on each other. The blades were all supposed to be melted down into slag. I suppose that's why talk of them is hard to come by these days. Such is the fate of Haus Mangetsu. Or maybe it's just in our blood. Sounds like there's even more to your clan than the rumors say. Okay. Better than there being less, I suppose. Holy fuck man. Na gut, dann wieder hoch. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass wir jetzt da lang mussten und doch wieder zurück. Egal. Es werden uns jetzt weitere Türen wahrscheinlich geöffnet werden und das ist die Hauptsache. auch noch weiter. Keine neuen Gegner. Keine neue Ausrüstung. Ja doch, er hat noch das Papier, aber er muss erstmal fertig werden. Dann wird mal Zeit für ein neues Teammitglied, oder? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wir mehr als vier Leute im Kampf haben können. Hier waren wir noch nicht. So und eben kamen wir unten nicht weiter, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder nach unten. Ja, die Fest, okay. Okay. Alright, it's open. What was that? Why? Oh, so viele Gegner. Oh, da sind wir mal ganz viele. Oh, ich habe den, die Reihenfolge ja wieder verändert. Was seid ihr noch? Amorph, oder? Panzer, Furia, Apod. Nee, ja nicht bestimmt. Ich kann mit einem starken Elfennage immer noch kämpfen, aber ansonsten habe ich es nicht gut. Unge serio? Ja, ich möchte mich täglich ein Mal zurückholen. Ich werde mich auf den Karten zu bauen. Das ist notwendig, alles mit blitzen. Wir machen uns. Wir machen uns. Vielen Dank.